Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, es ist noch ein wenig verregnet. Das könnte daran liegen, dass wir nicht alles geschafft haben, beziehungsweise ich gemerkt habe, dass wir anscheinend irgendwie was übersprungen haben oder so. Und zwar, wir sind ja noch bei der Hauptgeschichte von Catwills Silber sozusagen. Wenn ich da jetzt aber draufklicke in Deschan, dann haben wir die Phantomsenke zwar gemacht, die ist abgehakt, aber der Schrein des Heiligen Veloth, den haben wir noch nicht beendet. Stellt den Heiligen Veloth wieder her und haltet die Dädrichen Vorstoß auf. Finde ich seltsam, weil ich dachte eigentlich, das hätten wir gemacht. Und zwar war das das, was wir in der, ich glaube, vorletzten Folge gemacht hatten, nämlich gehört das zu diesem Teil hier. Das heißt, dass ich mich jetzt erstmal aufs Pferdchen schwinge und mal wieder zurückreiten werde. Vielleicht müssen wir tatsächlich irgendwo nur was abgeben. Jetzt erhalten wir... Nein, da habe ich jetzt keine Zeit für. Jetzt erhalten wir wieder diesen Schimmer. Aber wieso erhalten wir diesen Schimmer kurz? Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Hier, das können wir einsammeln. Das ist ja soweit alles okay. Ihr gehört auch nicht dazu, aber wieso erhalten wir den Schimmer, wenn wir hier vorne sind? Oh, jetzt habe ich noch was drüber sehen. Ich meine, die können wir auch mal eben schnell machen, so ist es nicht. Das sind halt... Komm doch nicht direkt auf mich drauf hier. Das sind halt nur so ein paar Zwischengegner, die hin und wieder mal in der Welt auftauchen. Oh, und einen Dädrichen Kronleuchter als Entwurf dabei hatten. Das ist cool. Aber der Schimmer ist jetzt weg. Irgendwie. Hm. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, was ich jetzt hier machen soll. Ob hier noch irgendjemand ist. Ich versuche nochmal oben hinzureiten, wo die Leute hier waren. Ich bin in Narsis aufgewachsen. Kaum zu glauben, dass diese verflixte Seuche diesen Ort um ein Haar in eine Geisterstadt verwandelt hätte. Ja. Kannst du mir noch was genaueres dazu sagen? Vox ist besiegt. Die Ordnung wiederhergestellt. Ihr seid eine Zierde eures Volkes. Ja. Also er sagt, ich habe alles erledigt. Aber mein, äh... Mein Journal sagt, ich habe nicht alles erledigt. Das heißt, hier muss doch noch irgendwo irgendetwas sein. Mit die haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Ich versuche nicht zornig auf Magistra Vox zu sein. Sie ist fehlgeleitet und verirrt. Ich werde nur umso inbrünstiger für sie beten. Ja, das ist schön. Hier wird auch keine Quest angezeigt. Das ist mein Problem jetzt gerade. Hier unten ist Gewalt unter Soldaten. Aber das hat ja hier mit der Festung zu tun. Also von daher wäre das jetzt nichts, was uns jetzt hier... Das verwüstete Dorf wird wahrscheinlich auch damit dann zu tun haben. Hm. Warum? Ich meine, ich habe den heiligen Velot ja wiederhergestellt. Warum ist das immer noch nicht abgeschlossen? Ich weiß, ich hatte schon mal dieses Problem. Und ich weiß, dass ich dann irgendwie rumgelaufen bin. Aber ich meine, hier oben, wo ich jetzt gerade gewesen bin, hatte ich dann die Antwort. Aber in diesem Fall, ich verstehe es wirklich nicht. Die detrischen Portale sind doch alle geschlossen, soweit ich weiß. Also die, die ich schließen konnte. Das ist nur ein Anker. Da ist auch keine Quest mehr. Ja, das ist ja hier unten. Das ist noch eine Quest, oder? Hier drüben. Wir brauchen Hilfe beim Schließen der Portale. Ah. Wo? Da. Hier drüben. Sehr schön. Wir brauchen Hilfe beim Schließen der Portale. Äh, kommt hier irgendeiner? Da. Diese dunkle Magie quält uns. Es wärmt mir das Herz, den heiligen Schädel wieder in seinem Reliquiat zu sehen. Das ist gut. Danke, dass ihr mir auch mal Bescheid sagt, dass hier, äh, was ist. Ähm. Was soll denn all diese Aufruhr? Der heilige Veloth sagte, dass jemand kommen würde, um uns zu helfen. Magistra Vox hat daeldrische Portale auf diesem heiligen Boden geöffnet. Sie sind wie Wunden in der Welt. Jetzt strömen allerlei bösartige Kreaturen aus ihnen hervor und greifen uns an. Wie kann ich helfen? Wir haben versucht, die Portale zu schließen, aber Vox war schlau. Sie hat dunkle Magie genutzt, um jedes Portal mit einem Beobachter zu verbinden. Man muss die Beobachter töten, um die Portale zu schließen. Dadurch sind so viele von uns gestorben. Bitte schließt sie und sucht mich dann beim zentralen Podium auf. Ich werde die Portale schließen. Schaltet einfach diese Beobachter bei den Portalen aus. Aber wenn ihr sie zu weit entfernt von dem Portal tötet, das sie bewachen, dann taucht eine neue Kreatur an ihrer Stelle auf. Vox sei verflucht! Eieiei, jetzt muss man ja auch noch Dinge beachten. Das geht ja gar nicht. Na gut. Wenn man die direkt daneben töten, sollte das ja nicht das Problem sein. So, das wäre schon mal Portal Nummer 1. Moment, da unten ist noch eins, genau. Wupp! Entzündet es! Na komm! Das wäre nur schön, wenn man den auch treffen würde. So, äh, das wäre Portal Nummer 2. Hier oben hatten wir auch eins. Gesehen! Da wollte ich zwar eigentlich nicht hin, aber... So, Portal Nummer 3. Und... Ja, Basti, schön, dass du auch nochmal kommst. Der hatte keine Lust mitzukämpfen, aber ist in Ordnung. So, und Portal Nummer 4. Mhm. So, wo ist sie? Da. Es wärmt mir das Herz, den heiligen Schädel wieder in seinem Reliquiat zu sehen. Die Dädrichen Portale sind geschlossen. Hab Dank. Eure Bemühungen haben die Moral der Priester und Akolythen verbessert und uns allen neue Hoffnung gegeben. Wir stehen in eurer Schuld. Ich wollte nur helfen. Hab Dank. Und mögen die drei euch segnen. Jetzt können wir versuchen, wieder Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Ja, und wir haben's endlich geschafft. Jetzt sagt mir bitte, dass ich das abgehakt hab. Ja, genau. Es ist weiß. Es ist weiß. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir die Schaden nämlich durch. Dann können wir uns jetzt auf nach Schattenfenn machen. Die Frage ist jetzt nur, theoretischerweise müssten wir eigentlich jemanden hier haben, der uns gleich auflauert und sagt, oh, bringt einen Brief nach Schattenfenn oder was weiß ich was. Scheint aber keiner zu kommen. Okay. Die haben alle keine Lust. Dann würde ich sagen, dass ich selber mich einfach mal aufmache nach Schattenfenn und das wird's gleich dort wiedersehen. So, ich befinde mich jetzt gerade in Sturmfeste und das sieht gut aus, beziehungsweise ich hatte gerade noch das Zeichen der Hauptquest drin. Allerdings hat er mich jetzt gerade woanders hingeführt. Das sieht gut aus. Und zwar befinde ich mich hier oben gerade in Schattenfenn, mitten in Sturmfeste und ich bin jetzt hier in der Nähe vom Stall gerade aktuell. Ein neues Gesicht? Ihr müsst mit Vizekanoniker Ronda sprechen. Nur zu eurer eigenen Sicherheit. Glaubt mir. Warum? Was ist hier los? Anders gesagt, Mord. Ihr seid in einem heiklen Moment gekommen. Ich bete, dass ihr nicht noch mehr Unheil in unsere Häuser tragt. Die Vizekanoniker müssten von allen Neuankömmlingen wissen. Stehe ich unter Verdacht? Solltet ihr das? Sprecht mit Vizekanoniker Ronda in der Gildenhalle. Und bleibt wachsam. Ihr wollt nicht das nächste Opfer werden. Ich werde losgehen und mit Vizekanoniker Ronda sprechen. Zögert nicht länger. Die Vizekanoniker erwarten euch in der Gildenhalle. Was ist denn Vizekanoniker? Die Vizekanoniker repräsentieren jedes der Gebiete des Pakts. Himmelsrand, Morrowind und Schwarzmarsch. Alle wurden im akavirischen Krieg abgehärtet und sind sowohl kompetente Strategen als auch erfahrene Diplomaten. Gemeinsam wachen sie über die Sicherheit und das Wohlergehen von Schatten-Fan. Wer sind die Vizekanoniker? Vizekanoniker Ronda stammt aus Himmelsrand und ist der lautstärkste der drei. Vizekanonikerin Servina ist erst aus Morrowind gekommen, nachdem der Pakt geschlossen wurde. Vizekanonikerin Haithamin war auch noch nicht sehr lange in Schwarzmarsch, bevor sie ihr Amt erhielt. An ihrer Geschichte mag man Zweifel anmelden, aber an ihrem Können mit Sicherheit nicht. Was könnt ihr mir über Sturmfaste erzählen? Eine interessante Stadt, nicht wahr? Sie ist die größte in Schatten-Fan und einer der wenigen Orte, an denen man Dunnmeer Architektur findet. Laut den Legenden hat der Hist die Ileiden bezwungen, die hier einst lebten. Völliger Unsinn, aber trotzdem eine amüsante Geschichte. Okay, äh, da hinten müssen wir hin. Dann reiten wir doch mal dahin. Da ist übrigens auch noch eine Scherbe, die würde ich eigentlich ganz gerne vorher kurz holen. Man sollte meinen, die Sachen hätten sich wohl nicht mehr schlafen zu werden. Ja, 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 weil ich vergesse die sonst zu holen. Und ich möchte euch das natürlich zeigen, wie ihr da hinkommt. Also ihr müsst einmal hier komplett hochreiten. Äh, dann eigentlich springen. Das hat natürlich jetzt nicht funktioniert, wie ich wollte. Kommen wir da jetzt auch noch zu Fuß hoch? Das ist die große Frage. Na, ja, wir kommen noch zu Fuß hoch. So, hier einmal rüberspringen und hier oben ist dann die Himmelsscherbe. So, es gab eigentlich einen Trick, wie wir relativ unbeschadet runterkamen. Nee. Okay, wir können einfach so runterspringen, dann ist gut. Dann müssen wir hier vorne den Eingang nehmen. Und irgendwo liegen es oben. Boah, geht mir nicht auf die Nerven, das mache ich später. Einer eurer Gehilfen meinte, ich soll mit euch sprechen. Gehilfin Dina hat ihr Bestes gegeben, damit ihr euch vor Angst ordentlich auf die Gamaschen pinkelt, was? Hat sie euch auch gesagt, dass derjenige, der diesen Mordlüstern in Schnee rücken erwischt, ein hübsches Sümmchen Gold bekommt? Sagt mir, wo ich anfangen soll. Okay. Kameradien, auf ein Wort. Boah, die geht mehr auf die Nerven, die soll mich nicht stalken. Achso, da komme ich gar nicht rum. Äh, das ist es nicht, das ist was anderes. Hier, mit ihm muss ich sprechen. Mit ihm muss ich sprechen, Entschuldigung. Dann verschwindet Fremde. Ich habe keine Geduld für Plaudereien. Ich bin wegen der Morde hier. Es wird aber auch Zeit, dass die Vizekanoniker ihre Arbeit machen. Arilens Leichnam ist in der Leichenhalle weggesperrt. Ich kann ihn nicht einmal sehen, geschweige denn begraben. Warum all diese lächerlichen Verzögerungen? Dummach soll diese verfluchte Stadt holen. Wer würde den armen Arilenen etwas antun wollen? Die Schattenschuppen, wer sonst? Er hatte seine Stimme gegen die Argonia erhoben und zwar mit Recht. Er wurde zum Ziel, weil er den Mut hatte, das auszusprechen, was wir alle über sie denken. Ich bin wirklich nicht voreingenommen. Aber wenn ihr mich fragt, wäre die Welt ohne diese schuppigen Halunken ein besserer Ort. Ja, und schon wieder haben wir es hier überall mit was zu tun. Das war dann wohl die aus der Magier-Gilde. Die stalken wir jetzt auch noch hinterher. Hilfe! Ei, ei, ei. So, Moment. Wir gehen jetzt erstmal, beziehungsweise reiten jetzt erstmal auf die andere Seite. Da haben nämlich noch zwei Punkte. Die wir abarbeiten müssen. So, einmal... Ne, Moment. Oh. Einmal hier links. Guten Tag. Ich untersuche die Morde. Endlich interessiert sich jemand für den Tod meines Bruders, ha? Ich verstehe schon. Ich bin sicher, ihr und eure Freunde von den Vize-Kanonikern hattet Besseres zu tun, als eure Arbeit zu erledigen. Naldün war nicht der hellste Stern am Himmel. Aber das hat er nicht verdient. Wer wird ihm etwas antun wollen? Der Großteil von Sturmfester. Naldün hatte eine Menge Schulden. Er hat sich auch oft mit den Echsenholten angelegt. Und falls die Schattenschuppen ihn nicht erwischt haben, dann nur, weil jemand anderes schneller war. Also, alles deutet bisher... Bleibt bloß an jeder Wurzel hängen. Ähm, auf die Schattenschuppen hängen... Äh, hängen... Hin. Entschuldigt meine Tränen. Ich habe vor kurzem meine Frau verloren und... Es tut mir leid. Kann ich euch behilflich sein? Könnt ihr mir von eurer Frau erzählen? Erroni und ich haben immer an den Pakt geglaubt. Wir sind hergekommen, um mit Argonian und Nald gemeinsam ein besseres Leben aufzubauen. Einige meiner Leute geben den Schattenschuppen die Schuld. Aber was hätten sie denn von ihrem Tod? Wir behandeln alle gleich. Das ergibt keinen Sinn. Vizekanoniker Chondra hat mich gebeten, ihren Tod zu untersuchen. Den Göttern sei Dank. Sie ist in der... Der Leichenhalle, die immer verschlossen gehalten wird. Aber Erroni hat diese Schlösser gemacht. Und deshalb habe ich den Generalschlüssel. Hier, nehmt ihn. Bitte. Wir müssen herausfinden, wer das getan hat. Lasst nicht zu, dass sie zu einem Symbol wieder den Pakt wird. Ja, das geht einfach, um da quasi einzubrechen, in Anführungszeichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist auf der anderen Seite. Du solltest weniger trinken. Wenn sie seltsame Lichter sah. Okay. Mit dem kann ich auch noch sprechen. Ne, mit dem sprechen glaube ich nicht. Erronis Leiche und ihre Kleidung scheinen völlig verkohlt zu sein. Die Notizen des Schamanen decken vielleicht auf, was ihr genau zugestoßen ist. Eine anfängliche Beschau ergab, dass die Person durch Hitze oder Feuer gestorben ist. Doch die Verbrennungen reichen nicht tiefer als bis in die ersten Hautschichten. Was auch immer diese Verbrennungen verursacht hat, war kein natürliches Feuer. Die Person hat eine Wunde in ihrer Brust. Einen sauberen, präzisen Schnitt. Laut Rücksprache mit der örtlichen Magiergilde ist deren Vertreter eine solche Kombination von Wunden unbekannt. Ich würde jetzt mal spontan sagen Dedra, aber was ist mit dem? Naldün in Dallors Leiche sieht äußerlich recht unversehrt aus. Doch die Notizen des Schamanen offenbaren vielleicht etwas mehr. Die Person ist durch eine einzelne Stichwunde ums Herz gekommen. Der Stich war sauber und treffsicher. Es gibt keine sichtbaren Spuren eines Kampfes. Ich habe einen kleinen, separaten Schnitt recht dicht an der tödlichen Verletzung entdeckt. Meiner Einschätzung nach erfolgte dieser Schnitt nach dem Tod der Person. Also post mortem. Gut, zwei Stichwunden. Das ist natürlich, ich hätte jetzt gedacht D3 jetzt noch wegen dem Feuer, aber das kann natürlich auch Zufall sein. Eine rasche Untersuchung ergibt, dass Arilene die Kehle durchgeschnitten wurde. Das Opfer ist durch einen präzisen Schnitt durch die Kehle gestorben. Der Schnitt ist gerade tief genug, um die Schlagader und die Stimmbänder zu durchtrennen. Der Körper warst keine Spuren eines Kampfes auf. Ein weiterer kleiner, präziser Schnitt in der Brust ist offenbar nach dem Tod der Person erfolgt. Okay, also scheint Markenzeichen zu sein. Ja, bitte. Getis Omoba hat mich geschickt. Es geht um seine Frau, Erroni. Stimmt etwas nicht? Etis hat Erroni gesehen. Lebend. Er sah, wie sie in ihr Haus gegangen ist auf der anderen Seite von Sturmfeste. Er hat euch gebeten, ihn dort so schnell wie möglich zu treffen. Ich werde ihn dort treffen. Und richtet ihn bitte auch aus, dass er etwas weniger trinken soll. So, auf der anderen Seite. Da muss man erstmal hier, nee, wir müssen nicht hier rum. Wir müssen hier rum. Ich will ja nichts sagen, aber seine Augen sind am Leuchten. Also am Blinken besser gesagt, das sieht irgendwie kummel aus. Ähm, was ist geschehen? Erroni. Erroni. Meine Erroni. Sie ist tot. Ich weiß das. Doch als ich sie in unser Haus gehen sah, da wollte ich wissen, wie sie zu mir zurückkehren konnte. Und dann hat sie mich niedergeschlossen. Wenn dieser Argonia nicht dazwischen gegangen wäre, hätte sie mich erledigt. Argonia? Was für ein Argonia? Ich werde tun, was ich kann. Ja, tut mir leid, aber ich habe die jetzt auch nicht mehr ausreden lassen. Falls ihr noch irgendetwas sagen wolltet, keine Ahnung. Ich schaue mal eben ein bisschen rum. Vivec und Mephala. Schönes Buch, ja. Sotasil wird auch nochmal erwähnt. Sonst noch irgendwas hier, was wir mal eben klauen können. Ich meine, so wie es aussieht, ne? Machen die alle nicht mehr lange. Schattenschuppenspeer. Einmal untersuchen. Die Leiche dieses Argonias ist noch warm. Sie ist mit zahlreichen Schnitten und Verbrennungen übersät. Okay. Bei der sorgfältigen Durchsuchung der Kleidung stößt ihr auf eine versteckte Tasche, die ein kleines Tagebuch enthält. Eintrag 441. Drei Dunkelelfen wurden in Stormfeste getötet. Und man munkelt, das wäre unser Werk. Lächerlich. Die Mutter der Nacht hat keinen von ihnen mit ihrem Ruf beschenkt. Ich werde zurück zur Enklave gehen, sobald ich herausgefunden habe, wer hinter dieser Sache steckt. Eintrag 442. Habe gerade gesehen, wie Eruni Omoba ihr Haus betreten hat. Da stimmt etwas nicht. Ihre Leiche liegt in der Leichenhalle. Werde herausfinden, was diese Kreatur will und warum sie das Gesicht von Eruni Omoba trägt. Ja, es tut mir leid. Wir werden euren Ruf wieder herstellen. Sag mal, wo sind die anderen denn jetzt hier alle hin? So geht das aber nicht. Sprecht mit Vize-Kanoniker. Oh, ist das ein blödes Wort. Und das Wort musste ich eben sechsmal oder so hintereinander sagen. Das ist schrecklich. Auf der Seite. So, nein, sprecht mich nicht an. Ich muss mit der Quest weiter machen. Halt die Klappe. Hä? Was hat er? Nach dem, was ich bisher herausfinden konnte, schiebt jemand den Schattenschuppen die Schuld für die Morde unter. Dann können wir unsere Bemühungen andernorts bündeln. Viele werden den Schattenschuppen dennoch die Schuld geben. Aber wir haben größere Sorgen, als Sündenböcke zu sein. Ich fürchte, der wahre Täter hat wieder zugeschlagen. Auch wenn ich darum bete, dass ich mich irre. Als ich sagte, dass Vize-Kanoniker Honda unpässlich war, sagte ich nur die halbe Wahrheit. Er ist verschwunden. Und ich fürchte, dass unser Mörder etwas damit zu tun hat. Deshalb verlangen Vize-Kanonikerin Servina und ich äußerstes Stillschweigen bei der Rettung von Vize-Kanoniker Honda. Was kann ich tun? Lausch dem Wasser ist einer unserer kleinen Fische, die uns als Augen und Ohren dienen. Er gibt uns immer mit einem Signal Bescheid, wenn er dringende Informationen für die Vize-Kanoniker hat. Vor kurzem haben wir eines seiner Signale erhalten. Seid schnell und leise, so wie die Strömungen im Fluss. Sprecht in unserem Namen mit Lausch dem Wasser. Wo kann ich ihn finden? Haltet nach den Lehmhütten Ausschau. Vermeidet es aber, seinen Namen zu nennen, wenn ihr nach ihm sucht. Sonst wird er denken, ihr wolltet Schulden bei ihm eintreiben. Bleibt diskret. Falls Lausch dem Wasser die Fährte von Vize-Kanoniker Honda aufgenommen hat, dann folgt ihr bis zum Schluss. Ich werde rausfinden, was er weiß. Ja, hier hatte ich eigentlich vor, die Folge zu beenden. Aber die paar Minuten, die danach noch kamen, werde ich jetzt einfach mal hinten dran hängen. Und wir müssen mit Lausch dem Wasser sprechen. Die ist, die ist, die ist gar nicht da. Moment, hier gibt es erstmal ein Buch. Das könnt ihr euch natürlich anschauen, wie euch beliebt. Aber Lausch dem Wasser... Achso, doch, die liegt hier. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Das waren bestimmt die beiden Leute, die hier standen. Der Agonia in dieser Hütte wurde erst vor kurzem getötet. Seine Leiche ist noch warm. Das Fleisch dieser Leiche sieht verkohlt aus. Genau wie bei Eroni Omoba. Die Ähnlichkeiten der Wunden sind nicht zu übersehen. So, dann sollen wir uns das doch mal angucken. Okay, dann schauen wir uns die Beobachtung mal genauer an. Ein Schlüssel wurde als Lesezeichen benutzt, um die Seiten schnell wiederzufinden. Erstens, ich habe heute mit Kornakus gesprochen. Offenbar hatte er mich nicht erkannt. Er wollte mich nicht einmal mit mir reden. Wir sind Ei-Brüder. Wir sind getrennter Wege gegangen. Aber unsere Bande waren stets vorhanden. Zweitens, mir ist aufgefallen, dass Kornakus die alten Ruinen von Siljanum betreten und verlassen hat. Andere haben das ebenfalls getan. Aber die Ruinen sind seit langem verlassen. Ich muss einen Weg dort hinein finden. Drittens, ich habe einen Schlüssel gefunden. Aber einer der Agonia, die ich gestern bei den Ruinen gesehen habe, ist argwürdig. Jetzt ist Vorsicht geboten. Ich möchte es morgen nochmal versuchen. Vierter Eintrag. Habe gesehen, wie Kornakus und zwei andere einen Mann mit einem Sack über den Kopf in die Ruinen getragen haben. Habe die Rüstung von Vize-Kanonika Honda erkannt. Ich habe die Vize-Kanonika per Signal gerufen. Die Sache ist mir zu groß. Ja, beim letzten Mal hatten wir da ja auch schon Probleme mit diesem Wort. Und es ist wieder sehr früh am Morgen und ja, ich bin nebenbei zwar Kaffee am Trinken, aber bei solchen Situationen ist meine Zunge irgendwie plötzlich sehr, sehr schwer. Ja, okay, dann schauen wir mal raus. Wir müssen ja immer noch aufklären, was es hier alles damit zu tun hat, wer jetzt hier eigentlich der Böse ist und so weiter. So, dann kommen wir hier nochmal rein. Ich muss mal eben den Chat hier unten ausschalten, weil sonst plöppt der hier das mal auf. Und das nervt mich, ehrlich gesagt. Die sehen mich eh nicht, oder? Bin mir auch nicht sicher. Ah, gut, der sieht mich. Da können wir nichts looten. Ist hier noch irgendwas, was wir brauchen? Ich glaube nicht. Ja, ist ja gut, ich komme ja. Ich komme ja. Ich komme ja. Hallo, ich gehöre zum Dominion. Geht es euch gut? Ich werde die Gefangenen befreien. So, ihr rennt in die falsche Richtung. Hier kommt ihr nur weiter rein und nicht raus. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Wir sind sehr viele. Okay, hier muss ich jemanden befreien. Ist das hier? Och, springt doch nicht immer über mich drüber. Das ist so blöd. Gut, da muss man immer in zwei Richtungen. Na komm, ihr seid in den Weg. Der Heiler kann ja auch nicht helfen, Kleiner. So. Oder Kleine, glaube ich. Das hörte sich sehr weiblich an, gerade der Ausruf. Oha, da ist wieder jemand verkohlt dahinter. Renn du bitte in die richtige Richtung. Dein Kumpel war schon so ein bisschen desorientiert hier. Schauen wir mal. Okay, die müssen wir. So. Hallo? Basti, kümmere dich drum. Wir müssen ja noch andere Leute befreien. So. Ach komm, bevor ihr mich gleich auch noch auf die Nerven geht. Ich dachte, ich würde nie entkommen. Doch, 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 doch. Dafür sorgen wir schon. Oh, Basti, hast du gut gemacht. Aber die stehen jetzt natürlich direkt im Weg. Das war klar. So. Da können wir nichts looten. Einmal rein in die Leichenhalle. Was müssen wir denn überhaupt denn? Können wir hier irgendwas... Nö. Können wir hier was lesen? Das ist immer schön. Weil wir wollen ja unsere Beziehung zum Bastian etwas verbessern. Und wir wollen natürlich auch... Ja, guck mal. Rang 42 bei schwerer Rüstung. Nur durchs Lesen von Büchern. Na, da ist er. Hast es doch rausgefunden. Ja, da hat es sich gut angefühlt, die Axt in ihre Kehlen zu schlagen. Die hinausströmenden Gefangenen zeigen mir, dass ihr euch genauso amüsiert habt wie ich. Habt ihr sie alle befreit? Jetzt verstehe ich. Der wollte nicht flüchten, der wollte die vorher noch töten. Äh, ja, sie sind sicher. Geht es euch gut? Mir ginge es besser, wenn die verdammten Ruinen unter meinen Füßen nicht vom Dominion verseucht wären. Wir haben Wachen postiert, bis unsere Verstärkung sie vollständig auslöschen kann. Ja. Ihr habt die Stadt davor bewahrt, sich selbst aufzureiben. Sturmfeste steht in eurer Schuld. Warum müssten die mal so lange Pause machen? Und wir haben einen Torso von Schlüpflingspanzer bekommen. Wenn das Dominion eine große Armee geschickt hat, die ins Sturmfeste einbringen soll, dann muss es irgendwo in Schattenfenn ein Lager geben. Es wird Zeit, dass wir den Kampf dorthin bringen. Wo wäre das? Penn Mauer Wolk, eine daedrische Ruine südöstlich von hier. Sie ist groß genug, um eine feindliche Streitmacht zu beherbergen und dicht genug an der Stadt, um Sturmfeste Ärger zu machen. Außerdem deuten Späberichte darauf hin, dass dort drinnen etwas vor sich geht. Ich werde ein Regiment nach Penn Mauer Wolk führen. Ich möchte da kein Risiko eingehen. Braucht ihr Hilfe? Ihr habt mich aus den Fängen des Dominions befreit, bevor diese hautraubenden Milchtrinker mich töten und mein Gesicht tragen konnten. Natürlich könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Trefft mein Regiment in Penn Mauer Wolk. Haltet eure Klingen scharf. Ich werde schon einen Weg finden, um euch auf das Dominion loszulassen. Ich werde euch in Penn Mauer Wolk treffen. Ja, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, dass wir das noch an die letzte Folge dranhängen, weil das war ja jetzt nicht allzu viel. Und deswegen, wenn der Typ mal aus meinem Gesicht rausgehen würde, verabschiede ich mich jetzt erstmal für diese Folge. Und wir sehen dann in der nächsten Folge den Rest in Tenville oder wie das heißt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.